Ich bin Rosaria Kiriko, Mitglied aus der Autorinnengruppe Daughters and Sons of Gastarbeiters und Cicek Bacek und Ferda Attermann, die die Gruppe gegründet haben 2015, die werdet ihr gleich auf dem Podium erleben. Deswegen erzähle ich jetzt gar nicht so viel über die Gruppe, sondern lese euch aus meinem Text vor. Das ist ein Auszug aus einem längeren Text, der heißt in vier Jahren und ich habe den geschrieben als Reaktion auf den Tod meines Vaters. Meine Eltern sind beide süditalienische Gastarbeiter und als mein Vater nicht mehr da war und ich auf einmal ohne ihn am Mailänder Hauptbahnhof stand, schossen mir ganz viele Bilder in den Kopf aus meiner Kindheit von den Reisen aus Deutschland nach Italien oder wieder zurück. Und Mailand, ich weiß nicht, wer von euch das auch so erlebt hat, wer italienischen Migrations- oder was auch immer für einen Untergrund hat, der Mailänder Hauptbahnhof spielte eine wesentliche Rolle. Also alle Italiener aus Deutschland oder der Schweiz landeten da und sind in die Züge gesprungen, die dann in den Süden fuhren und das in einer Zeit, wo man die Tickets beziehungsweise die Plätze nicht vorreservieren konnte und es war ziemlich schlimm und aufregend. Aber darüber geht es heute nicht in diesem Text. Es geht um diesen Titel, den ich dem Gesamttext gegeben habe in vier Jahren. Die Ehe meiner Eltern begann 1966 mit einem Plan. Sie wollten für vier Jahre nach Deutschland ziehen, um dort in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen. Geld, das für eine bessere Zukunft bestimmt sein sollte. Geld, mit dem sie dann wieder zurück in ihr Dorf ziehen würden, um dort etwas aus- oder mit diesem Geld zu machen. Ich stellte mir Geld immer wie einen Klumpen Knete vor, aus dem meine Eltern nach diesen vier Jahren unsere Zukunft formen würden. Ein Haus, ein Tisch, vier Stühle, ein Auto. Vier Jahre, dachten meine Eltern damals, würden reichen. Sie waren 21 und 16 Jahre alt. Viel zu jung, um zu wissen, dass wie sowieso immer alles anders kommt als geplant. Die Zahl vier erfüllte ihren Zweck. Sie war sozusagen gestibile, in den eigenen Händen formbar. Groß genug, aber nicht zu groß, kleiner als die fünf. Die fünf, ein halbes Jahrzehnt, wäre zu schmerzhaft gewesen, um sich damit auf die Reise zu machen. Es durfte keine zu große Distanz entstehen, es mussten Jahre sein, die sich wie ein feiner Staub auf Möbeln leicht wegwischen ließen. Meine Eltern heirateten im April 1966, also meine Mutter hat wirklich mit 16 Jahren geheiratet, das durfte man damals, und zogen im Dezember des gleichen Jahres nach Düsseldorf. Am Abend des zweiten Weihnachtstages. Es sei an diesem Tag so warm gewesen, erzählte Mama, dass sie zum Abschied alle zusammen auf der Terrasse zum Mittag gegessen hätten. Sie hätten einen Laken aufhängen müssen, damit die Sonne sie nicht blendete. In der Sonne tat der Wein seine Wirkung und vermischte sich mit dem Geruch der frisch gepflückten Orangen und Mandarinen aus dem Garten meines Onkels. Noch einmal alle zusammensitzen, noch einmal alle zusammensingen. Meine Großeltern, die Geschwister meines Vaters, die meiner Mutter, die vielen Nachbarn, beider Familien, Tanten, Onkels, Cousins, Cousinen waren gekommen, um sich am Abend unter Tränen und mit aufmunternden Sprüchen von meinen Eltern zu verabschieden. La Germania, Das war so weit weg. 2000 Kilometer mussten sie auf sich nehmen. Meine Mutter kannte zu diesem Zeitpunkt nur die Dörfer in der näheren Umgebung. Die weiteste Reise meines Vaters war die zur Olivenernte nach Kalabrien. Sie wussten nichts über Deutschland, nur dass es dort Arbeit gab. Nach einer zweitägigen Zugfahrt kamen sie in Düsseldorf an und sahen zum ersten Mal in ihrem Leben Schnee. Keiner hatte ihnen vorher gesagt, wie kalt Kälte wirklich sein konnte. Cioi Jane, ein Onkel meiner Mutter, und seine Frau Ciamimi holten sie am Bahnhof ab. Die beiden lebten schon länger in Düsseldorf und hatten meine Eltern überzeugt, es ihnen gleich zu tun. Gleich am ersten Tag ging Mama mit Ciamimi die Büros im Thyssen-Hochhaus putzen. Mama fuhr zum ersten Mal in ihrem Leben Fahrstuhl und schaute vom zehnten Stock auf die große Stadt, in der sich Autos, Straßenbahnen und sogar Menschen trotz Schnee und Glätte vorwärts bewegten. In Montemaisola ging man nicht einmal vor die Tür, wenn es regnete. Man wartete einfach ab, bis sich das schlechte Wetter verzog. Papa ging selbst nach 40 Jahren in Düsseldorf bei Regen niemals freiwillig vor die Tür. Seine Erklärung, es regnet, wir können nicht rausgehen, die Schuhe werden nass, trieb mich als Kind an die Grenzen meiner Anpassungsfähigkeit. Die Kolleginnen im Thyssen-Hochhaus lachten, als sie das Entsetzen meiner Mutter über die schwindelerregende Größe der Stadt in ihrem Gesicht sahen. Um sie zu trösten, erzählten sie ihr von den eigenen ersten Stunden in der Fremde. Jeder hatte ein kleines Dorf verlassen, in der sie jedes Haus und jeden Stein kannten und ihren Namen verliebt und heimlich in Bäumen eingeritzt waren. Jetzt hast du Angst, sagten sie, aber bald wirst du die Stadt zähmen und sie wird dir aus der Hand lecken wie ein treuer Hund. Der Rhein floss mächtig und unbekümmert durch die Stadt. Als Kind faszinierte es mich zu wissen, dass dieser breite Fluss ganz weit weg als kleiner Bach in den Bergen der Schweiz seinen Ursprung hatte und dass er durch drei verschiedene Länder floss, ehe er im Meer mündete. Auch wir fuhren durch drei Länder, bevor wir zu Hause waren. Nur war es beim Rhein andersrum. Sein Meer, dieses anmutende, falsch, braun, graune etwas, war oben, unser klares, schimmerndes, türkisfarbene Meer war unten. Ich fragte mich, ob es etwas geändert hätte, wenn wir an einem tiefenruhigen See gewohnt hätten, auf dessen Oberfläche sich die Dinge spiegelten, wir uns auch selbst gespiegelt hätten, anstatt immerfort zum Meer zu fahren, fluchtartig in die andere Richtung, sobald die ersten Ferientage nahten, mit aller Macht, so wie dieser starke Fluss, immer in die eine Richtung und niemals, nie verweilend im Hier und Jetzt. Wir mussten immer weg, genauso wieder rein. Erstes Mantra, unsere Zukunft liegt woanders, wir müssen weiterziehen. Tag und Nacht, Stunde um Stunde. Das zweite Mantra meiner Eltern lautete Il Sacrificio lo facciamo per voi, das Opfer. Damit meinten sie, dass sie die Trennung von allem, allem, was ihnen lieb war und die harte Arbeit auf sich nahmen, damit wir Kinder es später einmal besser haben würden. Il Sacrificio, das war Trennungsschmerz, Schmerz multipliziert mit dem Faktor Arbeit und dem inneren und äußeren Kälteschock, der sie in Düsseldorf erwartete. Das klappt wirklich. Papa brachte jeden Tag einen fürchterlichen Gestank aus der Fabrik mit nach Hause, den er vergebens mit einer körnigen Seife aus einem verschraubbaren Plastikbehälter versuchte, von den Fingern zu waschen. Anhand des Geruchs, sowohl der Hände als auch der widerlichen Seife, erahnte ich das Ausmaß des Opfers zugunsten einer besseren Zukunft. Seine Fabrik stellte ich mir dunkel und heiß vor. Irgendwo brannte Feuer. Es war gefährlich. Man konnte in eine Maschine fallen und überall standen kleine Teufel mit Peitschen, die Vorarbeiter, immer Deutsche, die sie mit lautem Knall auf den Boden schlugen, damit die Arbeiter, Spanier, Griechen, Türken, Ex-Jugoslawen, spurten. Nach der Arbeit in der Hölle packte Papa noch überall mit an, wo er nur konnte. Er schnitt Bäume zu, sammelte Rucola auf den Rheinwiesen, verkaufte sie in italienischen Restaurants, arbeitete als Vertreter für diverse Haushaltswaren und verkaufte italienischen Wein. Mama hat einmal gesagt, ihre schönste Zeit sei die gewesen, als wir klein waren. Das überraschte mich sehr, denn es war die Zeit, in der meine Eltern hauptsächlich arbeiteten, mindestens 16 von 24 Stunden am Tag. Mein Vater im Akkord am Fließband, bei Finestra, Rheinmetall oder Mercedes, Mama in Putzkolonnen, in Büros oder Schulen, als Näherin in Änderungsschneidereien oder im Verkauf. Außerdem war sie eine perfekte Hausfrau. Sie bügelte jedes Kleidungsstück und selbstverständlich kochte sie jeden Tag. Meistens kochte sie abends vor, sodass am nächsten Tag das Mittagessen fertig war, wenn wir aus der Schule und sie von der Arbeit kamen. Am Nachmittag erledigte sie dann die Schneiderarbeiten bis spät in den Abend hinein oder gingen noch Schulen oder Büros putzen. Gute Gäste gehen nach drei Tagen, hatte Papa uns einmal erklärt, denn il pesce putza dopo tre giorni. Der Fisch stinkt nach drei Tagen. Jedenfalls wüssten gute Gäste, wann der Zeitpunkt gekommen sei. Es wäre wichtig, ihn nicht zu verpassen. Meine Eltern waren aber keine echten Gäste, sondern Gastarbeiter. Es gab keine Regeln, an die sie sich halten konnten. Vielleicht wäre es einfacher gewesen, jemand hätte von Anfang an gesagt, Gastarbeiter gehen nach x Jahren wieder. Wohnt ihr in West- oder in Ostdeutschland, fragt uns einmal der aufgeweckte Junge, der im Sommer bei Cianinetta in der Pizzeria aushalf. Ich verstand ihn nicht. Wie? Es gibt zwei Deutschlands. Ich kannte nur die Grenze zur Schweiz oder zu Österreich auf dem Weg nach Italien. Aber eine weitere Grenze zu einem zweiten Deutschland? Im gleichen Jahr lernte Mama beim Putzen einer Schule ihre Kollegin Frau Pötzke kennen. Sie beschwerte sich oft darüber, dass ihr Mann Pakete nach Ostdeutschland schickte. Wir waren alle fasziniert. Also stimmte das mit den zwei Deutschlands wirklich? Aber was fand Frau Pötzke, die doch eigentlich ganz lieb war, schlimm daran, der Familie Pakete zu schicken? Mama fragte vorsichtig nach. Er würde mehr an die Familie im Osten denken, als an die eigenen Kinder, sagte sie. Das mussten wir erst mal schlucken. Dass die Kleinfamilie und die Großfamilie unterschiedliche Bedeutungen hatten, war neu für uns. Für uns gab es nur eine Familie und das waren alle. Alle zusammen. Insofern waren wir vier auch gar keine echte Familie, sondern nur ein winziger kleiner Teil davon. Eine Art Außenfiliale. Wir waren allein und deswegen konnten wir auch nicht bleiben. Wir mussten in vier Jahren zurück, um wieder ganz zu sein. Selten. Wirklich selten haben unsere Eltern uns zu verstehen gegeben, dass Deutsche anders wären oder etwas gegen uns oder andere Ausländer hätten. Ich weiß nicht einmal, wann der Begriff Gastarbeiter überhaupt in meinen Kopf kam. Benutzte den jemand zu Hause? Kannte ich ihn aus der Tagesschau? Papa hatte ab und zu Ärger mit einem deutschen Vorarbeiter. Manchmal kam er nach seiner Schicht wütend nach Hause. Der Vorarbeiter hätte etwas gegen ausländische Arbeiter, sagte Papa, weil sie Ausländer waren. Das klang irgendwie logisch. Aber Arbeit wäre eben Arbeit wie sowieso. So ist es, wenn man arm auf die Welt kommt. Überall auf der Welt wäre es so. Und deshalb sollten wir es später einmal besser haben. Wir sollten zur Schule gehen, etwas lernen, um nicht so hart arbeiten zu müssen wie er und Mama. Il sacrificio lo facciamo per voi. Erst als wir so alt waren, dass wir allein auf der Straße spielen konnten, spürten wir einen anderen Wind. Es gab viele alte Menschen in den benachbarten Häusern, die uns immer zu laut fanden, egal was wir taten. Es gab auch solche, die sagten, wir sollten doch wieder dorthin zurück, wo wir herkämen. Ich dachte zunächst, sie meinten Unterrad, den Stadtteil, in dem wir bis zu meinem dritten Lebensjahr gelebt hatten. Ich konnte mir nicht erklären, woher sie das wussten. Dann wiederholten sich solche Sprüche in der Straßenbahn, wenn alte Menschen mit ihrem Stock gegen unsere Beine schlugen, wir sollten gefälligst Platz machen. Menschen mit verbissenen Gesichtern, die nichts mit unseren netten Nachbarn gemeinsam hatten, wie dem freundlichen älteren Paar im Hochparterre, das immer am Fenster saß und keine Gelegenheit ausließ, sich mit uns zu unterhalten. Wir sollten gefälligst Platz machen und dorthin zurückkehren, woher wir kämen. Das, was sie wütend machte, müssen sie in unseren dunklen Haaren und Augen erkannt haben. Woran sonst, fragte ich mich, wenn ich versuchte, so unauffällig wie möglich in der Bahn zu sitzen und alles richtig zu machen. Aber zack, schon wieder schlug ein Stock an mein Schienenbein, nur weil ich da saß und atmete. Allerdings schimpften die dünnlippigen Stockträger auch, wenn wir mit blonden Kindern auf der Straße spielten. Es lag also nicht ausschließlich an der Haarfarbe, es gab noch mehr, was sie wütend machte. Es war wohl das Kindsein überhaupt, was wiederum für die Dunkelhaarigen unter uns schwer zu verstehen war, denn egal, woher unsere Eltern kamen, dort wurden wir geliebt, gerade weil wir Kinder waren. Als meine Schwester auf die Welt kam, war die erste Hälfte der vier Jahre um. Als ich zwei Jahre später geboren wurde, hätten wir eigentlich im gleichen Jahr zurückziehen müssen. Auf die Frage Ma quando tornate a casa? Wann kommt ihr zurück nach Hause? Die immer gleich nach den Begrüßungsküssen auf fleischigen, verschwitzten Wangen erfolgte, lautete die Antwort plötzlich nicht mehr in vier Jahren, sondern bevor die Kinder in die Schule kommen. Ein paar Sommerurlaube später hieß es, bevor die Kinder in die weiterführende Schule kommen. Noch später, wenn die Kinder Abitur gemacht haben oder wenn sie aus dem Haus sind und schließlich, wenn wir in Rente gehen. Ich glaube, das Konkreteste, was meine Eltern von der Idee einer besseren Zukunft nach vier Jahren tatsächlich umgesetzt haben, ist ihr Haus in Montemelsola, La Casa in Begriff eines erfüllten Lebens. Und so floss vom ersten Moment an jeder ersparte Pfennig in den geplanten Hausbau. Für die Düsseldorfer Wohnung wurde dementsprechend kein Geld ausgegeben. Alle guten Sachen wurden bei der nächsten Gelegenheit mit nach Italien genommen. Kristallgläser, gutes Besteck in schicken Koffern, große, flauschige Handtücher. Als ich aufs Gymnasium kam, schämte ich mich gegenüber meinen deutschen Freunden für unsere Wohnung. Bei ihnen sah es in den Wohnungen anders aus, ebenso wie es aussieht, wenn Menschen wissen, dass sie bleiben und es sich schön machen. Lange Zeit wusste ich nicht, wie ich ihnen erklären konnte, dass auch wir in unserem wirklichen Leben ein schönes Zuhause hatten, fast wie in einer Einrichtungszeitschrift, übersichtlich geordnet, hell, ohne Rumpelecken, wie in der Düsseldorfer Wohnung, wo wir mit dem ausrangierten Zeugs der anderen lebten. Benutzte Sofas und Sessel, benutzte Teppiche, alte Küchenmöbel. Alles war alt und gebraucht und nichts passte zueinander. Da wir in vier Jahren wieder wegziehen würden, lohne es sich nicht zu renovieren, verklickerte ich meinen deutschen Freundinnen und wir schauten uns traurig an. Der einzig schöne Ort in unserem Patchwork-Provisorium war ein Fach in unserer Wohnzimmerschrankwand, in das meine Eltern Aftershaves oder Toilettes und Seifen reinlegten, die sie zu ihren Geburtstagen geschenkt bekamen. Feine Stofftaschentücher in schön verzierten Verpackungen. Ab und zu setzte ich mich auf den Teppich vor das Fach und öffnete jede Packung einzeln. Das Fach hatte im Laufe der Jahre seinen eigenen Geruch entwickelt. Ich schnupperte an den Flaschen und roch an den Seifen, die in schönen Kartons und einer zarten Papier, unter einer zarten Papierhaut lagen. Diese Gerüche erzählten von einem Leben, das ich nicht kannte, purer Luxus, der nicht zu unserem sparsamen Düsseldorfer Leben gehörte. Ich glaube sogar, dass die meisten Sachen als Geschenke in Montemesola bei Verwandten landeten, was mir als Kind immer einen unangenehmen Stich versetzte. Das Fach ähnelte den Hollywood-Film, die wir uns am Sonntagnachmittag zusammen anschauten. Es war wie ein Versprechen auf ein wunderschönes Leben später, irgendwo am Meer mit leichten Vorhängen, die sich in der Sommerbrise sanft bewegten. Später einmal später würde auch ich ein Leben leben, das so war wie dieses Fach, in vier Jahren oder ein bisschen mehr. Danke. Applaus 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 Applaus